Das kommende Album von Andreas Gabalier trägt den Titel Ein neuer Anfang. Das Album erscheint voraussichtlich am 17. Juni über das Label Elektrola. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.